Ich bin ein bisschen an den Mist, oder? Dieses Spürwasser gebe ich nicht, weil mein Gott ist ein. Er ist rausgeprüht. Vorsicht! Er ist heißer als das Fox-Header-Fitz. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Hier, schicken wir das Handel um den Kopf zum Abkühlen. Das ist eine öffentliche Glaubensbezeugung. Wir sind nur unschuldige Touristen. 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 Ich bin ein großer Fett auf die Fraktion. Du bist wie ein Grand, Groen. Hey! Können wir die Kommission wählen? Wir haben alle entsorgt. Die Höhe des Senors. Ein Glück, dass wir nicht auch noch Ihren Namen auf den Kopf gesteckt haben. Der ist doch sein Bestes. Das muss zum ersten Mal in der Schichtkammer nicht ohne mit Runden zu sein sagen. Ich bewundere ihn auch nicht. Ich bin da öffentlich, kein Verbot. Hey, wo ist die Flasche? Ach so, es gibt nichts Schöneres, als die Rezeptverstattung abzuschaffen, um mit dem Universum in Harmonien zu reden. Ganz recht, Sir. Halten Sie die Klappe. Ich habe die Schnauze voll von Ihnen. Ihre Speichelleckerei, das ewige Zerstimme. Ihr Gekeucher auf dem Boden. Spettris, wenn es ein Scherz sein soll, wird sehr interessant, meine Schilddrüse schnell an. Nein, zum Fluch. Die Begele muss breiten, ich fühle ihn ein, oder in Zerstattung kann ich mir mein Typ auch sie nicht mehr. Keine Angst, Bittris, ich werde besser in Bewegung setzen, um sie zu retten. Das ist einfacher als eine neue Assistent, eine Pumpe um einzubringen. Wenn wir denn noch einen dämmen großen Kuh durchführen könnten, aber die Grenzpolizei lässt das einfach nicht mehr rüber. Dann kommt doch auch auf der Regen, dann kann er es ran. Sie haben ein Flugzeug. Wenn ich kann endlich im Flugzeug schwuppeln, das funktioniert nicht. Selbstverständlich. Und dazu brauchen wir nur einen Pilot. Und ich habe alles, was Sie brauchen. Jetzt sind Heffens. Warum sagen Sie da? Ich bin Spurs. Jetzt kommt sie schon mit. Letztlich können ein Flugzeug, der seinen ursprünglichen Zweck genutzt. Die Gesetze der verbrechsten Staaten zu unterlaufen. Hey, euer Flugzeug ist verdammt voll. Ihr solltet das nicht überlaufen. Ah, typisch kanadische Zimperlichkeit. Darum habt ihr auch nur Schneebrille und wir, die haben und müssen. Wir sind Ihnen von Herzen dankbar für Ihre Hilfe, Johnny. Können wir uns jetzt hier revanchieren? Ich wollte immer mal erleben, wie ein Mann mit den Intelligenzkunden eines Kindes von Staaten zu verrichten. Wir haben sowas nicht hier bei uns. Tatsächlich? In Amerika machen wir das viermal in der Woche. Kommen Sie mal rüber. Ich besorge uns den 10. vordersten Reihe. Kommen Sie mal rüber. Kommen Sie mal rüber.